Filmst du schon oder was? Ja. Was geht ab, liebe Leute? Halleluja und herzlich willkommen zum neuesten Video auf Easy Money. Liebe Leute, wisst ihr, was das hier ist? Wisst ihr, was das hier ist? Ganz genau, ihr Paket ist da. Das bedeutet, mein Paket ist da. Das wiederum bedeutet, wir werden das jetzt abholen, denn es wurde probiert bei uns abzugeben an der Tür, aber ich habe noch geschlafen, weil ich krank bin, wie ihr vielleicht an meiner Stimme erkennen könnt. Deswegen habe ich die Klingel nicht gehört und jetzt wurde das irgendwo abgegeben und jetzt werde ich es abholen. Mit meiner Schwester, danke fürs Film übrigens, würde ich sagen, wir fahren jetzt einfach mal los, holen das Paket ab. Was geht ab, liebe Leute? Wir befinden uns gerade auf dem Weg zum Paketshop. Ihr Paket ist da und sie kann es jetzt abholen, ab 13 Uhr. Es ist jetzt schon 17 Uhr. Ich war gerade noch beim Arzt, aber nur weil ich krank bin, dann heißt das ja noch lange nicht, dass keine Videos trocken, ne? Keine Ausreden und deswegen fahren wir jetzt mal dahin. Ich glaube, es wird euch gefallen, was in dem Paket ist. Ja man, dann sieht man sich gleich wieder. Wir müssen zur Nummer 5 weiter. Ich parke jetzt hier einfach, dann gucken wir da kurz. Übrigens, Leute, falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert jetzt diesen Channel Easy Money, denn wir wollen ja, dass die Football-Familie in Deutschland auf YouTube wächst. Natürlich einen Comment runterhauen in die Comments und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, Leute. Und jetzt gucken wir mal gleich, ob wir das Paket finden können. Ja, Junge, hier ist es doch. Guck mal, zwei Pakete, dann so, wie es kann. Ciao. Ciao. Das war es auch schon, liebe Leute. Wir haben zwei Pakete, zwei, kannst du es sehen, zwei Pakete. Die werden wir zu Hause aufmachen und dann geht die Party ab, Junge. Nehmt, nehmt euch bei mir kein Beispiel. Wenn man Auto fährt, muss man sich aufs Autofahren konzentrieren und nicht auf Musik hören oder tanzen oder so. Macht das nicht. Leute, wir machen jetzt ein kleines Unboxing. Ich brauche nur noch kurz die Lampe auf. Okay, Leute, wir haben zwei Pakete. Einmal so eins, einmal das hier. Hier kann man ja schon sehen, warte, ich darf ja meine als Besser nicht zeigen. Ho for Freshness. Mmh, Nike, Nike, Nike. Wir haben einen orangenen Schuhkarton mit einem Nike-Symbol drauf. Was könnte das sein auf einem footballbezogenen Kanal? Was könnte das sein? So, Leute, gucken wir uns das Ganze mal an. Papier, Wusch. Oha, seht die geil aus, Junge. Ohne geilen Schuhe habe ich bestätigt, Junge. Ey, da sogar mit Enkel-Dings hier. Warte mal. Mit so einer Socke sogar, richtig nice. Wofür haben die gekostet? Die waren, ich glaube, 98 Euro haben die, glaube ich, gekostet. Geile Noppen, Alter, damit wird richtig hart football gespielt. Und der andere, genauso stabil. Die scheiße hier. So, Leute, ich werde die mal kurz anprobieren. Ich hoffe, mal, die passen jetzt. Also, ich habe relativ breite Füße. Deswegen hatte ich immer so ein bisschen Probleme mit Fußballschuhen und so. Aber mal gucken. Boah, Alter, die sind geil, Junge. Sieht gut aus, oder? Mit den Jeans und dann so eine Fußballschuhe. So, das ist so ein Scheißjahr, Alter. Die sind auf jeden Fall eng, muss ich sagen. Aber ne, geht ja. Ein Daumen ist dazwischen, aber ich sage ja, ich habe breite Füße deswegen. Aber so sehen die von unten aus. Alter, und da drin kann man ja wohl mal... Ich probiere noch kurz den anderen an. Also, ich wunderte, welche Größe ich habe. Das ist eine 47,5 bzw. 13 im US. Die schon haben, glaube ich, 90 Euro gekostet im Nike Store, also online im Nike Store. Das heißt, es war ein Risikokauf, denn ich wusste ja nicht, ob die mir wirklich passen werden, ne? Das ist so, Alter. So wäre es jetzt, wenn ich kurze, kurze Hosen hätte. Sieht aus wie ein weirischer Bauer. So sehen die aus von hinten. Ja, fühlen sich interessant an. Sie sind auf jeden Fall leicht. Leicht, aber auch irgendwie so ein bisschen so hart irgendwie, so steif irgendwie. Aber Leute, einen Performance Test machen wir natürlich noch mit den Schuhen. Nächstes Mal, wenn ich rausgehe auf die Wiese mit Freunden Football spiele, werden die Schuhe natürlich direkt ausgetestet. Und das wird bestimmt nice, Alter. Ich bin gespannt. So, Leute, zweites Paket. Was könnte da drin sein? Schreibt es jetzt in die Kommentare, was ihr glaubt, was hier drin ist in dem Paket. Bam, Junge. Eine Compression Leggings. Für die Beine, damit man schön nice und warm ist unter der Sporthole. War ein Geweih, Junge. Also, die Hose. Erstmal fühlt sie sich echt nice an. Man fühlt sich richtig so... Egal, ich zieh noch kurz meine Sporthose oben drüber, damit ihr seht, wie das eigentlich aussehen soll. Dazu muss ich die nur kurz finden. So soll das eigentlich aussehen. Ich schnülle die auch noch mal kurz ein bisschen fester. Zack. Ich schnülle die jetzt nicht extra zu hier. Aber, das kann man natürlich auch so machen, dass man die so hoch zieht. Dann hat man die Scheiße halt nur so, zum Beispiel. So halt. Das sieht so aus. Das sieht aus wie ein Stepptanz. Wie immer es sein, auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Ich kümmere mich jetzt um die Scheiße nicht mehr. Aber so sieht es auf jeden Fall aus, liebe Leute. Wir haben die Schuhe am Stissel. Auf jeden Fall, ich bin damit ganz zufrieden. Die Schuhe passen auf jeden Fall, sind stabil. Die Unterhose, sozusagen, fühlt sich auch ganz gut an. Ich habe demnächst auch noch zwei weitere Pakete, die kommen müssten. Deswegen, liebe Leute, bleibt weiterhin gespannt. Natürlich ein bisschen in die Kommentare kommentieren, was ihr davon findet, von den Schuhen, von der Hose. Unterhose hat übrigens 25 Euro gekostet. Das geht übertrieben klar. Wie gesagt, 90 Euro. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert, wenn ihr euch nichts mehr verpassen wollt. Wir müssen ja dafür sorgen, dass die Football-Familie auf YouTube Deutschland wächst. Und wir sind online bis zum nächsten Video bis dahin. Euer Erik.